Ich gratuliere Hirn der Zarten zu 30 Jahren Sommer Grand Prix. Erfolgreiche Ausführung über 30 Jahre ist eine ganz besondere Leistung. Dazu hat sich beigetragen, dass die Schanzenanlagen im perfekten Zustand sind und den neuesten Standard entsprechen und vor allem auch für die Jugend und den Nachwuchs entsprechende Schanzen vorhanden sind. Es ist nicht immer leicht, im Sommer bei dem vor allem bei uns wechselnden Wetter diese Veranstaltung durchzuführen. Ich habe selbst erlebt, wie es geregnet hat und wie es sehr schwierig war. Aber auch da war das OK in der Lage, perfekt diese Veranstaltung durchzuführen. Und ich bin sicher, dass viele Skispringer, die dort hinkommen, mit Begeisterung jedes Jahr wiederkommen, weil sie dort ein Event vorfinden, der zu dem Besten gehört, was man im Sommer sehen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.